Welches ist das beste Handy unter 150 Euro in 2019? Hallo und herzlich willkommen, ich möchte dir heute dieses Smartphone vorstellen und zwar das Huawei Y6, welches 2019 rausgekommen ist und einfach das beste Handy dieser Preisklasse ist. Du hast hier eine 13 Megapixel Kamera, 2 GB RAM und 32 GB internen Speicher. Das Huawei Y6 hat ein 6 Zoll großes Dewdrop Display und ist sehr elegant designt. Und hier ist auch eine 8 Megapixel Selfie Kamera verbaut, welche auch bei schlechten Lichtverhältnissen atemberaubende Selfies schießt. Der Huawei Super Sound sorgt hier auch für sehr guten Bass und ist optimal für lautes Musikhören geeignet. Du hast hier auch Face Unlock und natürlich die neueste Android 9.0 Pi Version. Dazu ist das Y6 noch mit einer Dual Sim ausgestattet und ist in den Farben Schwarz, Braun und Blau erhältlich. Und das Ganze für nur 126 Euro. Was besseres unter 150 Euro wird man wohl kaum noch finden und daher absolut empfehlenswert. Wenn ich dir weiterhelfen konnte, lass gerne ein Abo da. So bleibst auch du immer auf dem neuesten Stand, was die aktuell besten Handys angeht und du wirst mit Informationen über Handys versorgt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!